Wir stellen uns eine neue Kehrmaschine vor, die in den Größen 1,40m, 1,60m und 1,80m erhältlich ist. Das Besondere ist, dass man durch Drehen des Getriebes die Drehrichtung in CW oder CCW verändern kann. Außerdem kann man die Drehzahl des Getriebes durch einen optional erhältlichen Umbausatz verändern. Dadurch wird die Kehrmaschine flexibel einsetzbar für verschiedene Trägerfahrzeuge. Von der SW-57 gibt es eine mechanische und eine hydraulische Variante. Nur einfach die Einsatzfelder zu maximieren und Ruflader, Knicklenker und sonstige Trägerfahrzeuge zu verwenden. Das macht die SW-57 so flexibel einsetzbar. Dank der leichten Ölverstellung können wir unsere Kehrwalze flexibel einstellen, so auf verschiedene Oberflächen reagieren. Wir haben die Möglichkeit, die Kehrwalzen schnell, einfach und unkompliziert zu wechseln. Die Kehrmaschine verfügt über zwei verschiedene Kehrwalzen mit Spiralbesatz, jeweils mit einem Durchmesser von 570 mm. Besonderheit hier einmal mit Biolonbesatz, besonders nachhaltig und regenerativ. Der optional erhältliche hydraulische Seitenbesen mit einem Fürstendurchmesser von 600 mm gibt es in verschiedenen Besatzarten. Einmal Perlon, einmal Stahlperlon und einmal Stahl. Kann die Kehrmaschine optimal an verschiedene Einsatzgebiete angepasst werden, wie zum Beispiel das normale Kern, das Kern mit stärkeren Verschmutzungen oder sogar die Wildkrautentfernung. Der optional erhältliche Schmutzsammelbehälter nimmt das Kehrgut während des Kehrmaschineneinsatzes auf und kann anschließend vertraulisch entleert werden. Die optional erhältlichen LED-Begrenzungsleuchten und Wandflaggen sorgen für ein sicheres und komfortables Arbeiten. Für das Freikirn, also den Einsatz ohne Schmutzbehälter, haben wir noch ein Spritzschutzblech im Angebot. Gibt es auch noch für das Schneekirn, weil es da noch ein Gummilappen mit dran ist, dafür, dass unser Kehrgut nicht wegschleudert wird. Die optional erhältliche Wassersprüheinrichtung mit 110 Liter Wassertank und elektrischer 12-Volt-Wasserpumpe fördern Wasser zu den Flachstrahldüsen der Kehrmaschine. Diese bringen Wasser auf dem Untergrund auf, welcher in Staub bindet und wir somit die Staubentwicklung enorm reduzieren.